2 Wörtchen haben wir im Schweizerland, die hätten jeder gerne bei der Hand. Sie sind nicht lang, man kann es gut sagen. Zu viel Hirne geht nicht drauf der Wege. Du kannst es hören, wo du gehörst und stehst, in dir zu aus, wenn du in die Kirche gehst. Über reiche Überarme machen, eine gewette dritte Vers fängt an. Man sollte, man sollte, man sollte schier alles zusammen. Wer heute nichts sollte, dann sollte sie schämen. Man sollte mehr Kies auf die Strasse gehen. Man sollte wieder gesetzt noch recht verdrehen. Man sollte den Ackerbau wieder pflegen. Man sollte auf dem Steueramt die Worte ziehen. Man sollte, man sollte. Oh, das ist nicht das alle, weil nur der Andere sollte. Am besten erfährst du, was man alles sollte, am Wirtstisch, spät, wenn der Alkohol redet. Da wird unsere blöde, nötnutzige Welt nach allen Kanten in Senkel gestellt. Es ist jeden ein Licht, die Kaste drauf verlassen. Wenn es los ist, so viel zu ungefähr so. Man sollte wieder leben, nach Brauch und Zeiten. Man sollte die kurzen Röcke verbieten, die gläserne Ströme und die glöchelten Blusen. Man sollte weniger tanzen, dafür mehr hausen. Man sollte keinem mehr Gemeinderat nie wählen, bevor er nicht auf Feiere zählen kann. Man sollte ein reiches Geld wegnehmen und den armen Leuten geben. Man sollte das Mundwerk nicht in alles hängen. Man sollte weniger schnorren, dafür mehr denken. Man sollte überhaupt keine Regierung mehr haben. Man sollte drehen, man sollte gar die Magung mehr haben. Man sollte keine Schule, man sollte keine Kirche, man sollte keine Kirche, man sollte bestehen mit dem guten Willen. Man sollte mit Bundesbeiträgen ausrichten. Man sollte die Oberen zusammenberichten. Man sollte ihnen sagen, so geht es nicht mehr. Man sollte mal mischen, nicht all bloß, man sollte, ich weiß ganz gut, was man sollte, man sollte jeden zwingen zu dem, was er sollte. Man sollte keine Hühner mehr laufen lassen. Man sollte nicht im Durchscheintreben gehen. Man sollte 99 Arbeitsstunden in der Woche und jede sollte man für den Zweimal brauchen. Das neue Möde gewesen sollte die Pätsch verschwinden. Man sollte das Radio wieder retour erfinden. Man sollte seiner Läppchen sterben müssen. Man sollte nichts mehr tun wie der Kegeln und wirben. Man sollte die Jugend mehr zum Sport erziehen, sonst können wir diese neue Schaffene hier. Man sollte den grossen Knie sagen. Man sollte das Militär zum Teufel jagen. Man sollte, was die oberste ist, zunterschieren und den ganzen Lot dem Lenin frieren. Man sollte die Schermauser besser kontrollieren, dass die nicht mehr zu viel Mühe notieren können. Ich sage, man sollte mal kurz Schluss machen und die Menschheit in den Weg nie backen. Man sollte die Welt in den Kanonen nie tun und nicht mehr aufschiessen, dann hat man Ruhe.